So, jetzt sind wir in dieser Whiteboard-Applikation oder Programm, wie Sie es auch nennen möchten. Sie haben hier links auf der Seite eine Leiste. Die ist immer da und grundsätzlich gibt es von unten anfangend einen Pfeil nach unten, einen Pfeil nach oben. Dann gibt es hier noch ein Plus. Wir können das auch nennen eine erste Seite. Sie brauchen mehr Platz, Sie brauchen noch eine Seite, dann drücken Sie hier einfach auf ein Plus. Sie holen sich ein neues Whiteboard und haben dann die Seite 2. Sie wollen was von der ersten Seite wieder zeigen, dann drücken Sie den Pfeil nach oben und Sie sind wieder auf der ersten Seite. Hat Ihnen das Video gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und damit Sie nichts verpassen, können Sie auf die kleine Glocke klicken bei YouTube, damit Sie benachrichtigt werden, wenn wir neue Videos hochladen. Ihr könnt auch gerne die Kommentarfunktion benutzen und wir freuen uns, wenn Sie uns das nächste Mal wieder besuchen. Vielen Dank!